Die Entwickler-Kiosk App gibt es kostenfrei für Android und iOS. Wir haben jetzt hier die iPad-Version. Man sieht dann hier im Startbildschirm direkt den Überblick über alle Inhalte des Entwickler-Kiosk. Es gibt die Bücher, die Shortcuts und die Auswahl an Fachmagazinen. Die App hat denselben Funktionsumfang wie die Browser-Version, hat aber zusätzlich noch eine nette Suchfunktion. Wir können jetzt zum Beispiel mal den Begriff HTML5 suchen oder nach dem Begriff suchen, sehen dann hier als Ergebnis das Entwickler-Magazin, eine Sonderausgabe mit dem Docker, das Buch JavaScript Performance, Java Magazinartikel, Buch Website Performance und natürlich darf das PRP Magazin auch nicht fehlen. Man springt jetzt ganz schnell direkt dort rein in den Artikel und kann, genauso wie in der Browser-Version, sich zum Beispiel jetzt diesen Artikel auch bookmarken. Einfach durch einen Tab auf den Stern dort oben. Wie findet man das später? Wir gehen einfach mal komplett zurück zur Startseite, sehen dann jetzt auch hier wieder die Lesezeichen-Funktion und finden dann jetzt hier nativ um jeden Preis den eben gebookmarkten Artikel. Natürlich haben Magazine genauso wie im Browser auch den Schnellzugriff per Inhaltsangabe und wir haben ebenfalls in der iPad-Version oder den App-Versionen die Zusatzvideos zu ausgewählten Artikeln, wie zum Beispiel hier. So, das war unser Blick in den Entwickler-Kiosk. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim digitalen Lesen. Musik